. . . . . . Sunny? Sunny? Haben Sie mein Kind gesehen? Sunny? 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 KF bitte kommen. KF baut verstärken. KF baut verstärken. Wir haben es noch nicht mal halb eins. Willst du wirklich schon Mittag machen? Robert, ich habe Hunger. Wir gehen jetzt schon runter zu Erwin, holen uns einen halben Hahn und den esse ich dann mit Apfelmus. Das isst man so bei uns. Oh Mann, dann rufe ich aber Michi und Gerrit an, dass die auch kommen. Ach komm, bis die hier sind? Nee, es dauert zu lange. Oh, die Frau ist zu euch? Äh, ja, Rietz, mein Kollege Ritter. Elia Bergmann, da wurde gesagt, sie kann mir helfen. Worum geht's denn? Mein Baby wurde aus meinem Auto geklaut. Was? Wann, wo? In der Tiefgarage bei den Einkaufspassagen am Kaiserplatz, gleich um die Ecke. Kommen Sie doch erst mal mit ins Büro. Das ist Sanni, sie ist jetzt ein Jahr alt. Sie muss doch erst mal Platz. Was ist denn genau passiert? Ich bin vor einer Stunde zum Einkaufen gefahren. Sanni hat so schön auf dem Rücksitz geschlafen und da habe ich sie einfach im Auto gelassen. Und wie lange waren Sie weg? Ich dachte, es dauert allerhöchstens fünf Minuten und da war eine Monsterschlange in dieser scheiß Kasse. Die war mega lang und eine Viertelstunde? Als sie wiederkam, war ihr Kind weg. Ja, Spurlo ist verschwunden. Michael muss mich beobachtet haben. Ich habe mich schon die ganzen Tage so verfolgt gefühlt. Michael, wer ist das? Michael Koslow. Das ist der Vater von Sanni, mein Ex. Er hat schon ein paar Mal versucht, Sanni zu entführen und nach Russland zu bringen oder sonst irgendwo hin. Und ich konnte es damals verhindern. Deswegen würde er das jetzt auf jeden Fall nochmal versucht haben. Und warum haben Sie nicht gleich die Polizei informiert? Ich habe sie erst mal selber gesucht in der Tiefgarage. Und außerdem hatte ich Angst wegen dem Jugendamt. Wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Ist ja auch nicht in Ordnung, dass Sie Ihr Kind allein im Auto lassen. Das weiß ich doch. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin eine gute Mutter. Ich liebe mein Baby. Könnte es denn sein, dass jemand anderes als Täter in Betracht kommt? Nein, das kann nur Michael gewesen sein. Er hat es ja schon mal probiert. Und er hat immer wieder gedroht, dass er sich Sanni holt. Wo können wir ihn finden? Wissen Sie das? Er ist jetzt eigentlich im Gefängnis, dachte ich. Wahrscheinlich haben sie ihn früher entlassen. Ich habe keine Ahnung. Weswegen saß er denn im Gefängnis? Er war in einem Heroinhandel verstrickt. Deswegen habe ich mich auch von ihm getrennt. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Frau Bergmann, können wir das Foto behalten für die Fahndung nach Ihrer Tochter? Gut. Dann wird der Kollege noch Ihre Personalien aufnehmen und wir melden uns bei Ihnen. Wir haben bestimmt eine Kameraüberwachung in der Tiefgarage. Besorgen wir die Bänder. Ja, gut. Du bist sicher, dass hier wirklich jemand wohnt? Ja, Nummer 5 war so laut Akte. Das ist ja hier bei Kumpels untergekommen, die hier auf dem Gelände hausen. Was steht da noch drin? Ja, nur das erste Kind mit seiner Familie aus Russland, also Samara, in Russland, nach Deutschland gekommen ist. Seit der Realschule ist er immer wieder kriminell geworden. Diebstahl, Drogen, Nillerei. Ja, seit drei Tagen ist er Haft raus. Dann wollen wir mal. Wenn man hier überhaupt leben kann. Aber seine Familie wohnt in der Stadt. Vielleicht hat er Stress mit denen oder so. Seine Post soll jedenfalls hier hingeschickt werden. Da ist sie. Mal gucken mal hier. 10 Uhr 17. Zu uns meinten sie doch, sie wäre nur ganz kurz in dem Einkaufszentrum gewesen. Ja. Ja, aber sie war schon um kurz nach 10 da. Bei uns war sie aber erst um halb eins. Mehr als zwei Stunden später. Ja klar, das passt ja gar nicht vorne und hinten. Weißt du was, die hat ihr Kind noch viel länger alleine gelassen. Das wollte sie natürlich nicht zugeben, von wegen Aufsichtspflicht und so. Tja, die Frage ist nur, was hat sie die ganze Zeit gemacht? Jetzt kommt ein Auto. Könnte interessant werden. Ja, ist natürlich schwer zu sagen, ob das dieser Michael ist. Das ist ganz vermut. Jetzt nimmt er das Kind. Wie dreist. Am helllichten Tag ein Kind aus einer Triebgarage zu entführen. Das ist aber auch blöd. Man erkennt überhaupt nichts richtig. Auch nicht das Kennzeichen. Vielleicht kann man das technisch noch vergrößern. Ich gehe gleich mal zu mir. Ach, zu mir? Willst du Gerrit Konkurrenz machen? Noch nicht Liebesmaschine, Gerrit, krass. Nee, aber finde ich gut, mach mal. Aber warte, jetzt spüle ich erst noch mal weiter. Mal gucken, wenn die Mutter zurückkommt. Da ist sie. Sag mal, folgen wegen Einkaufen. Die hat doch nicht eine Tüte dabei. Wo war sie nur die ganze Zeit? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die uns belogen hat. Ja. Ja. Nee, unmütlich. Du sagst es. Ja. Ja, das dürfte seine Ecke sein hier. Jetzt können wir das Post adressiert an Michal Kosloff. So eine Tochter erscheint sie aber ziemlich zu lieben. Nee, ja. Foto ist von der Kleinen. Michal, hier sind Babyklamotten. Spielzeug. So wie es aussieht, hat er sie tatsächlich entführt. Was haben wir denn hier? Die ist scharf. Ungeladen. Und bestimmt kein Geschenk aus dem Knast. Sicherlich nicht. Fragt sich nur, wo er mit der Kleinen ist. Der wird bestimmt bald wiederkommen. Der wird seine Sachen holen und mit der Kleinen nach Russland abhauen. Alex, was gibt's? Ja, habt ihr den Verdichtigen gefunden? Das nicht, aber der haust dir wirklich auf dem Gelände. Ja und? Spuren von der Tochter? Naja, also wir haben Spielsachen gefunden und Kinderbekleidung. Aber auch eine scharfe Knarre. Was hat er denn noch vor? Das fragen wir uns auch. Vor allem wurde er mit der Kleinen hin. Hat er sich nicht bei der Mutter gemeldet? Nö, also sie hat auf jeden Fall nichts davon erzählt. Aber inwieweit wir der Frau vertrauen können, ist die nächste Frage. Was meinst du damit? Ach, der wird belogen. Der hat ihr Kind viel länger alleine gelassen. Zwei Stunden lang. Was? Was sagten sie dazu? Ja, wir können die telefonisch nicht erreichen. Deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr nicht mal bei ihr vorbeifahren könnt. Ja, könnt ihr das vielleicht mal selber machen? Ach Mensch, Michael, ihr seid doch deiner Nähe. Fahrt da mal vorbei, bitte. Ja, ich weiß schon. Im Büro ist schön warm, da gibt's Kaffee und Kuchen. Ja, ja, wir machen das gerne. Ihr könnt euch noch ein bisschen entspannen. Tschüss. Okay, tschau. Was machen wir gerne? Tag. Ja. Bergmann. Hallo. Hier. Hallo, Elea. Hi so, Brüder. Gut, dass ich dich treffe. Denkst du an das Geld? Du weißt doch, dass ich morgen ausziehe. Ja, ich komme morgen früh vorbei, okay? Schönen Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseban, mein Kollege Grass. Haben Sie was Neues in meiner Sunny? Haben Sie Michael gefunden? Leider nicht. Aber es deutet in der Tat einiges darauf hin, dass ihr Ex ihre Kleine entfüllt hat. Ja, aber wir haben das Videobahn aus der Tiefgarage gesehen und das hat einige neue Fragen aufgeworfen. Ja, und? Leider konnte man den Täter nicht erkennen. Ja, aber man konnte sehen, dass sie nicht 15 Minuten, sondern über zwei Stunden weg waren. Da habe ich mich wohl in der Zeit geirrt. Ja. Wollen Sie jetzt nicht sagen, was sie wirklich gemacht haben, was passiert ist? Spielt das noch eine Rolle? Sagen Sie mal. Je eher Sie mit uns kooperieren, desto schneller finden wir Ihre Tochter wieder. Spielt das noch eine Rolle? Spielt das noch mal arbeiten gehen. Hi Alex. Und, habt ihr dich vorangetroffen? Ja, wir reden gerade mit ihr. Was sagt sie denn? Warum hat sie gelogen? Aus Scham. Sie geht nebenbei ein bisschen anschaffen. Und so fraglich in Zeit war sie im Hotel mit einem Freier. Wie bitte? Die geht anschaffen und lässt ihr Kind zwei Stunden lang im Auto? Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Kein Wunder, dass sie Angst vor dem Jugendamt hat. Ich werde ja gleich mal anrufen. Ja, macht das mal. Wir fahren jetzt gleich wieder zurück zur Halle und observieren einmal ein bisschen. Der muss ja irgendwann mal da auftauchen. Ja, alles klar, macht das. Und dann meldet euch, wenn ihr ihn habt, ja? Ja, machen wir. Alles klar. Ciao. Ciao. L reiter. Nichts gun streuen. Nichts.